Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Komm, lass uns fliehen Und noch etwas Die gnädige Frau glauben, dass neulich alle Papiere in den Müll gewandert sind Aber das stimmt nicht Was heißt? Dass ich die Briefe besitze Die Sie mit Ihrem Liebhaber gewechselt haben Die Briefe, gnädige Frau Die kann ich erst aus der Hand geben, wenn das Brot für mein Alter gesichert ist Wie viel wollen Sie dafür haben, Sidibe? 600 Milrech 600? Woher soll ich denn die 600 Milrech nehmen? Das ist Ihre Sache Jetzt ist meine Stunde gekommen Und bei Gott Ich werde Sie nützen Sie hat mich in der Hand Ein Wort von ihr genügt Man muss hier die Briefe wegnehmen Aber wie? Ich spreche im vollen Ernst Wenn Sie Ihren Mann betrogen hat, muss ich sterben Das ist eine Frage der Ehre Ich bin zuerst Ich bin zuerst Ich bin zuerst Ich bin zuerst